so guten morgen zusammen ihr wisst ihr neuer tag neuer shop erstmal danke für alle die die jetzt abonniert haben grüße gehen an alle neuen raus und natürlich auch an die die mein creator code eingetragen haben yt-family hack wir gehen auch direkt rein in den shop was haben wir neues drin heute haben so im rest schon sehen die turnier skins sind jetzt drin da muss ich wieder sagen geschmacksache also hier die skins auf jeden fall muss nicht streng werden aber wir hatten ja schon so ähnliche drin aber die das rücken das war ich weiß dass das sieht irgendwie nice aus bei der skin ist natürlich schon ein bisschen durch bisschen wild bisschen sehr wild aber das ist halt das ist halt fortnight für jeden geschmack ist etwas dabei und dann haben wir das weiteren die den enten haben wir mit drin dann enttaste ich grüßel ist wieder drin brontos drin drückt los dinosaurier namen sind für mich so schwer auszusprechen dann kräftiger bist dann bei die goldschläger ich will nicht wissen wie auch dieser goldschläger schon verkauft wurde und denkt man hat es ja gerade schon erwähnt erst mal dank an die die den eingetragen haben yt-family hack gerne jeden tag eintragen damit es nicht vergesst oder wenn ihr dieses video sieht also in dem sinne noch mal danke dafür dann showgarten auch schön das kind eigentlich das heißt eigentlich ist ein schöner skin dann haben wir doppelte spiel wieder wird drin hits kopf ansteckend und ihr seht immer noch copyright ich werde euch das video oben rechts verlinken ja die copyright geschichten sind so eine sache und ihr wisst ja alle emotes werden bei mir hochgeladen die ich quasi noch nicht hochgeladen habe wir sind jetzt bei 240 emotes also wer da ein bisschen durchgucken will würde mich natürlich auch kostenlose porten also einfach gerne mal die playlist durchlaufen lassen und in dem sinne würde sagen abfahrt so was haben wir noch drin das waren eigentlich so die zwei neuen sachen sonst haben wir nur noch fricky frühling rügeling paket dann hier die ganzen oster geschichten halt immer noch drin hat sich nichts geändert wenn dann die ganzen skins emotes ist halt dann der aktienkort ist auch noch im shop drin letzter lacher paket dann fortnight kurs auch aktiv und jetzt hört zu alle die direkte die welt spielen heute gibt es wieder gratis wie bugs nämlich bei level 52 gibt es nur 35 bugs heute aber besser von drei schieber als gar keine weil ihr seht sich bei 17.000 wie bugs also in dem sinne es funktioniert immer noch dass man da reichlich über kriegt werden jetzt in den letzten 30 tagen 1.230 wie bugs allein nur durch rette die welt und zwar würde sagen war es auch schon wieder mit dem shop video euch einen schönen tag viel spaß beim level ihr seht wie viel bin ich level 88 vielleicht schaffe ich wenn ostern rum ist noch level 100 aber ich denke ja nicht es wird schwer zwölf level in zwei tagen mal gucken und in dem sinne wie gesagt euch noch viel spaß und haut herein